Wie haben Sie es lieber? So oder so? Vakuumieren Sie Ihre Kleider im Kleidersack Platzwunder und sofort haben Sie viel mehr Platz. So einfach geht's. Kleider oder andere Textilien in Vakuumbeutel hinein. Wenn alles verpackt ist, den Beutel gut versliessen. Dann den Kleidersack Platzwunder gut und satt zusammenrollen und die Luft von Hand ganz einfach rauspressen. Schon ist Ihre Winterkleidung perfekt vakuumiert und bereit zum Übersummern, platzsparend und geschützt. Kleidersack Platzwunder. Schafft bis zu viermal mehr Platz. Einfaches Vakuumieren von Hand oder per Staubsauger. Ideal für voluminöse Winterjacken, Mäntel, Skianzüge und so weiter. Auch als Textilsack Platzwunder erhältlich. Bestellen Sie den Kleidersack Platzwunder oder den Textilsack Platzwunder bei Betty Bossi.